Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. In diesem Raum ist mehr, als es den Anschein macht. Bestimmt. Haha, schön, dass der wieder dabei ist. Das gefällt mir gut. Vielleicht die Statuen. Die Statuen, okay. Was haben wir jetzt hier für ein Rätsel? Okay, der Luchs muss in den Süden. John muss rechts. Mark muss links und Matteo zum Norden. Hm, okay. Dann kann man das bestimmt irgendwie drehen, oder? Würde ich mal vermuten. Hm. Oder müssen die selbst in die Richtung schauen? Mal schauen hier. Ja, es geht nicht. Okay, wenn ich das halte, dreht sich das, ne? Der Matteo, das ist, glaube ich, der hier, ne? Das ist die Kuh. Die Kuh muss... Die Kuh ist Luke. Genau, und Luke muss nach Süden. Aber wo, where the fuck, ist Süden? Das ist eine gute Frage, die ich mir gerade selbst gestellt habe. Hier sehe ich's. Ah, ach, Leute, ist das cool. Nein, das stimmt nicht. Warte mal. Genau, so macht er das. Bäm. So, das zeigt jetzt nach Süden. Schau noch mal im Tagebuch. Er ist richtig. Süden. Luke. Oder ist das Mark? Nee, das ist die Kuh. Luke zeigt nach Süden. Süden ist da. Luke zeigt dahin. Hören wir mal schauen. Dann der andere. Luke Süden. John Osten. Wir gehen jetzt aber zu Mark. Und Mark muss nach Westen. Okay. So, wo ist Westen? Osten. Nord, Süd, Ost. Dann ist das West. Also muss er so zeigen. Los, weile dich, Nate. Wir haben nicht viel Zeit, bis sie merken, dass etwas nicht stimmt. Ähm. Mark zeigt also jetzt nach Westen. Dann müssen wir John. Da ist John. Der kann ja auch springen wie kein Zweiter. John muss also nach Osten zeigen. Nach Osten zeigt er. Okay, der steht schon richtig. Dann den noch. Ähm. Matteo zeigt nach Nord. Dann machen wir das doch. Wo ist denn der Norden? Der zeigt jetzt nach Süden. Also. Ey. Verstehe ich nicht. Matteo zeigt auf jeden Fall nach Norden jetzt. Das tut er. Der Löwe schaut gehen Osten. Der Löwe mag, schaut nach Westen. Das ist falsch. Ah. Okay. Nein. Nein. Ne. Der zeigt nach Osten. Der ist Westen. Nord, Süd, Ost, West Und der muss aber nach Osten Das heißt, er ist falsch So, mein Gott Der Mark zeigt jetzt nach Westen Tut er das hoffentlich auch Ja, der zeigt nach Westen Die Kuh Luke zeigt nach Süden, das ist richtig John ist der Adler, der muss jetzt nach Osten zeigen Der zeigt aber nicht nach Osten Der zeigt nach Norden Wieso zeigt der nach Norden? Oh Leute Doch, der zeigt auch jetzt nach Osten Was soll denn das? Matteo zeigt nach Nord Matteo ist er, das ist der Der zeigt jetzt nach Norden Der hier ist der John und John zeigt nach Osten Wir schauen hier hin Da ist der Adler, da ist der Osten Der zeigt nach Osten Dann gehen wir jetzt hier rüber Springen klappt schon mal besser Jetzt haben wir hier noch Mark Mark schaut nach Westen Nein, das tut er nicht Nein, das tut er nicht Der schaut nach Osten Der muss einmal komplett anders Jetzt schaut er nach Westen Warum geht das nicht, Leute? Mark schaut jetzt nach Westen John schaut nach Osten Das kann jetzt nur noch der Übriggebliebene sein Dass der irgendwie falsch schaut Aber da war ich ja schon Das ergibt überhaupt keinen Sinn Luke schaut nach Süd Süd ist dort Luke schaut nach Süd Norden Der andere muss ja dann Verstehe ich nicht Der Löwenkopf Mark zeigt nach Westen Das ist doch Westen Nee Oh Gott Wer zeigt nach Osten John Und John ist der Greifvogel Dann muss ich den nochmal drehen Und Osten Bingo Okay Coole Geheimtür Wo führt uns das hin? Zu einem neuen Rätsel Schätze ich Oh Noch eine Bibliothek Und jetzt? Hm Moment Das kenne ich doch Oh ne Die umgekehrte Flamme Weist ins Land der Toten Okay Dann müssen wir hier noch Die Flamme umkehren Sieht ganz gut aus Hey lass mal sehen Ja Okay Ihr zwei bleibt hier Ich werd mich mal umsehen Oh nein Du gehst da nicht alleine runter Ja hier wimmelst nur so von Romans Leuten Ja und einer allein ist viel leiser als drei Ich komm schon klar Und ihr seid hier sicher Diesen Raum kennen sie nicht mal Okay Nimm das mit Lass es auf Kanal 13 Den benutzen sie nicht Und sprich mit uns Okay geht klar Mach das Ding wieder zu Ja Nate Pass auf Na klar Mach ich immer Da Wo kommt der denn her Oh oh Das ist ja mal wieder Sehr einladend hier Cool Ähm ja genau Genau Boah Boah Leute Richtig gut Haben wir Haben wir Ja Munition ist immer gut Echt ein knappes Gut in dem Game Na mal schauen Was es hier so zu entdecken Gibt jetzt wieder Treppe hoch Nee Die Gefallen mir ja nicht mehr Hier die Laser Leute Tiefe hoch Jetzt Sie Das Blepert Sie